Alter. Geil. Haben wir das auch gesehen. Wo latscht eigentlich mein Karren hin? Seh ich dann jetzt das Gebiet? Scheiße. Okay, die Kohle kommt nicht an. Im Blödsinn. Ich würde sagen, wir machen noch eine, oder? Eine geht noch. Mission 10? 10. Juar. Juaha. Juar? Was weiß ich. Euer Majestät, es gibt Neuigkeiten von der geheimnisvollen Krankheit, die in Janub umgeht. Ich glaube, es gibt Heilung von dieser Seuche. Doch es steht schlimm um die Hüter des Heilmittels. Dieses Kloster, das dem Orden von Galen angehört, wacht über das Heilmittel gegen die Seuche. Der Rote Prinz hat Crimson Sabbat ausgesandt, um das Kloster und sein Wissen zu vernichten. Sie hat ihr Lager hier errichtet, in den Ruinen von Siddichemis. Aha. Das Kloster wird von den Juarha geschützt. Doch Crimson Sabbat belagert die Stadt mit ihren riesigen Kriegsmaschinen. Wir müssen hier an dieser Stelle unsere eigene Basis errichten, um die Juarha zu unterstützen und Sabbat zu besiegen. Ich habe die noch nie genommen. Was kann die eigentlich? Ich bestärke die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden mehr Gold in der Kollekte. Dank meiner Kenntnis der Medizin kann ich erkrankte Siedler heilen. Ah, okay. Klingt interessant, aber ich werde kämpfen müssen. Crimson Sabbat steckt hinter all dem. Schickt mich los und ich schleife sie in Ketten vor euch. Ja, genau. Markus, du darfst mal wieder. Juar. Die Stadt Juar beschützt ein Kloster, das den Schlüssel zur Erheilung der Seuche gefunden hat. Crimson Sabbat belagert jedoch die Stadt. Wir müssen eine Basis aufbauen, um Juar zu unterstützen und Sabbat zu schlagen. Wir müssen unsere Siedlung aufbauen und mit einer Stadtmauer und einem Tor schützen. Nachdem ich zum Baron befördert worden bin, werden wir stark genug sein, den Einheimischen gegen Crimson Sabbat beizustehen. Okay. So. Was haben wir noch? Hinten sind Steine. Hier wäre nochmal Holz. Hier wären nochmal Tiere. Holzfäller auf jeden Fall. Ah, eher so rum. Und dann schauen wir mal weiter. Hier hätten wir auch nochmal Holz und hier hätten wir sogar jede Menge Holz. Okay, also mit einem Holz scheitert es diesmal nicht. Und hier auch. Und den heben wir uns mal auf, falls wir noch einen brauchen. Aber ich glaube vier ist ganz gut. So, dann Metzgereien bauen wir gleich zwei. Gehen da zwei hin. Das wäre natürlich saugeil. Jawohl. Und jetzt erstmal eine Runde Updates. Und zwar für alle. Hier baut noch. Okay. Markus. Mensch. Alter. Du auch mal wieder hier. Dann lauf doch mal hier rüber. Verstanden. Was haben wir denn hier? Der ist bestimmt wichtig, ne? Was müssen wir als erstes tun? Titelbaron erreichen. Okay. Hier hätten wir... Wie ihr wünscht. Keine Fische. Komme ich da rüber? Ei. Irgendwie nicht. Und hier wäre... Auf euren Befehl. Ah doch. Hier kommst du durch. Hier sind dann auch Fische. Ne. Du kommst ja überhaupt nicht durch. Das ist ja doof. Du kannst oben rechts auf dem Cliff noch einen Holzfäller bauen. Ja. Ich könnte auch hier unten noch einen bauen. Frage ist nur, ob ich das brauche. Wahrscheinlich schon, ne? Dann geht's schneller. Weil ich ja immer Holzprobleme habe. Immer, 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 immer. Hat eigentlich einer von euch schon die dritte Staffel Stranger Things? Warum kann ich da keinen Weg bauen? Was? Die dritte Staffel Stranger Things geschaut. Ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen. Aber das ist wieder richtig geil. Aha. Also das hier können wir... Markus. Guck mal. Das nehmen wir als erstes ein. Ei. Schon unterwegs. Konzentriert dich auf den... Oh ja, Hörer, Mann. Chill mein Leben. Wir haben doch Zeit. Wir haben direkt auch Militär. Das sehe ich gerade. Cool. So. Holz. Mehr Holz. Jetzt geht das wieder los. Sofort. Okay, wenn noch ein bisschen Kohle fehlt, dann check mal noch hier rüber. Alles klar. Da werden auch Fische. Also Ressourcen gibt es hier. Oh, mass. Und den Stein haben wir noch nicht erschlossen. Wie schließe ich den an? Hier, Trampelpfad reicht völlig. So und... So. Und hier wäre auch nochmal Eisen. Wo baue ich meine Mauern? Also im Prinzip könnte ich hier zumachen. Was geht noch nach hier drüben? Hier einfach dicht. Und wahrscheinlich hier einfach dicht. Dann haben wir es doch schon. Wenn hier... Gut, wir müssen halt hier auch noch dicht machen, aber... Eigentlich relativ einfach. Löwen! Auf euren Befehl. Darf mal weiter. Auf euren Befehl. Okay, der Sektor wird sich natürlich auch anbieten. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Brauchen wir alles. Der ist ja noch geiler. Der kostet bestimmt ewig viel, ne? Halt mal. Alles klar. Was kostet die 300? Geht eigentlich? Jawohl. Sofort. Wie ihr wünscht. Was haben wir hier? Banditen. Schön. Gut. Komm mal zurück. Verstanden. Dann holen wir vielleicht doch erst den hier. Verstanden. Auf euren Befehl. Und das nehmen wir hier oben irgendwo ein. Das sind auch Löwen. Alles klar. Hier unten sind auch Löwen. Okay, dann nehmen wir doch nicht erst den einen, sondern erst den anderen. Verstanden. Ich entscheide mich bestimmt noch dreimal um. Hab eh nicht genug Geld. Kirche, wo bist du? Ding, 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 ding. Ausbauen, ausbauen. Haben wir gemacht. Hier können wir nochmal ausbauen. Hier können wir nochmal ausbauen. Und. Hier und hier und. Hier auch. So, kein Holz mehr. Passt. Schlachtet doch den Elefant. Das gibt Fleisch. Improvisiert doch mal ein bisschen. Hier könnte ich sogar. Eine Getreidefarm hinkriegen. Die sollten jetzt alle ausgebaut sein. Passt. Was haben wir denn eigentlich noch hier oben? Die fällt ja auch lock auf lock ich weg. Okay. Zu dem Holzfäller wird erstmal nicht langweilig. Dann haben wir auch kein Holzproblem hier. Ähm. So. Was ich aber hab, ist ein Geldproblem. Also. Geh aber rein. Haben wir noch gar nicht gebaut. Warum eigentlich? Meine. Und da bauen wir auch gleich die zweite. Alles klar. So. 300 Lachos. Steine haben wir auch. Von daher. Diesen hier. Und vielleicht auch einen coolen Weg dahin. Was soll das mit dem blockierten Gebiet die ganze Zeit? Hä? Ach. Und das geht jetzt über Steine. Genau. Meine Fresse. So. Es fehlt Essen? Ernsthaft? Jawohl, 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 jawohl. Sehr schön. Auf euren Befehl. Jawohl. Das brauchen wir für ein Update. Die Burg ausbauen. Die kostet mich 150. Das machen wir mal als nächstes. Gerberei. Ziehen wir noch hoch. Okay. Hier wäre doch auch ein cooler Platz für einen Bauernhof. Oh shit. Hm. Brauche ich es oder brauche ich es nicht? Weil vorne habe ich es halt nicht gebraucht. Und ich kriege hier auch noch Fische demnächst. Schau mal, Markus, was der hier kostet. Haltet der hier unten hier. Beziehungsweise habe ich schon Fische erschlossen? Und habe es gar nicht gemerkt. Nee. Nee. Und nochmal nee. Gert nicht mehr. Aber die hier. Schon. So. Eisen. Und nochmal Stein. So. So. Und. So. Kostet 500. Hätte ich halt schon ganz gern. Oh, da kriegen wir auch nochmal Eisen. Bisschen assi weit. Weit Wege. Egal, komm, wir gucken mal weiter. Nein, lauf doch hier runter. Ach, geht das nicht. Kommst du hier nicht drüber? Verstanden. Was? Toll. Tja, noch ein Versuch. Dann halt weiter oben. So. Run, Forest. Das ist voll groß. Okay. Da wären... Aha. Denk an den Ausbau der Festung. Ja, denk ich. Denk an nichts anderes. Steht der hier schon? Dann ausbauen. Der kriegt jetzt kein Weg extra. Das ist eh total unergiebig, aber immerhin. So, jetzt kannst du gehen. Passt. Und dann bauen wir noch gleich die... Das Lager aus. Da kommen ja nochmal 200. Dann können wir auch die Kirche ausbauen. So, check mal... weiter. Hier. Hier. Wie ihr wünscht. Und dann kommt zurück. Oh. Gegner. Ja, komm. Geh mal. Alter. Geil. Haben wir das auch gesehen? Wo latscht eigentlich mein Karren hin? Ich habe euch treu gedient, Majestät. Sehe ich dann jetzt das Gebiet? Wäre ein neuer Titel nicht angemessen? Scheiße. Okay. Die Kohle kommt nicht an. Damn. Oder geht ihr auf Markus? Ja, genau. Geht auf den und lasst den Karren durch. Geh mal durch. Uff. Uff. Rähn doch. Die ignorieren den Karren? Cool. Okay, dann kannst du ja gerade, wenn du hier eher schon auf dem Weg bist. Was gibt es hier? Kühe? Sehr schön. Dann kannst du doch gerade vielleicht nochmal hier bei denen vorbeischauen. Wenn wir schon mal da sind. Leute, gibt es hier was? Wie ihr wünscht. Geil. Kühe und Schafe. Na, dann nehmen wir doch. Was? Kein Geld. Aber Schafe. Wo bauen wir das hin? Braucht bestimmt auch Grünflächen. Ähm, 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 hier. Schaf haben. Mach mal so. Und vielleicht kriegen wir ja hier irgendwie. So. Genau. Passt. Hab Dank für diesen Titel. Die Siedler werden es mit Freude vernehmen. Ja, werden sie bestimmt. So, dann, ähm, wenn wir Dingens haben, können wir einen Beber bauen. Und jetzt können wir auch ein bisschen was Richtung Waffenproduktion tun. Und wo setze ich das am besten hin? Dann machen wir hier die Reihe durch. Hier fehlt noch das Update, ne? Alter, werde ich angegriffen? Lol. Auch das noch. Töte doch bitte erst die. So, haben wir ihn gleich mal ein bisschen dezimiert. Was soll's. Die sehen wir dann wohl hinterhergerannt. Und der Markus, die Pfeife geht natürlich direkt drauf. Ist ja klar. Update. Update. Das hier können wir mal machen. Komm schon. Collect ist ja schön und toll. Völlig natürlich, äh, Schafe direkt neben Elefanten zu halten. Ach. Es gibt bestimmt irgendein Zoo, wo das genau so ist. Bin mir sicher. Apropos Schafe. Da kommen sie. Mäh. So, jetzt brauchen wir dringend den Kirchenausbau, weil jetzt steht alles. Jawohl. Haben wir ausgebaut. Haben wir dieses Ding hier. Können wir doch noch erschließen. Aber das hier war viel cooler, ne? Bräuchten wir aber ein bisschen Militär. Aber kaufen, kaufen, ja. Erobern können wir es ja trotzdem schon mal. Das sind sogar zwei Steine. Was ist denn das? Der eine oben, der andere unten. Das sind sogar zwei. Cool. Nehmen wir doch mit. Und wenn wir wieder Geld haben, dann kaufen wir uns auch noch Kühe. Und die bauen wir dann hier irgendwo hin. Perfekt. So ein bisschen ein Nahrungsproblem, ne? Daher bau mal noch. Äh, was, was, was? Nein, hier. Noch eine Metzgerei. Diesen. Und wir müssen ja jetzt auch Wir haben ein Territorium eingenommen. An Hygiene denken. Und ich bin mal ganz kurz AFK. Ja. Ich bin mal ganz kurz. Wie? Untertitelung des ZDF, 2020 So, weiter geht's. Habe ich jetzt den Besenmacher schon gebaut? Ich glaube nicht. Okay, dann bauen wir noch mal gerade nochmal Hütter. Wir brauchen weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Haben wir, haben wir, haben wir. Okay, mehr geht auf der Stufe eh nicht. Ich brauche Hygieneartikel. Genau, da können wir schon wieder weiter updaten. Und hier sollte ich definitiv eine Mauer reinbauen. Das können wir, das können wir doch schon tun. Boah, das ist so assi, echt. Wieso kann ich jetzt das jetzt auf der anderen Seite nicht anklicken? Jetzt. Okay, das ging. Und das ging auch. Okay, hier ist dicht. Markus, dann renn du jetzt doch noch mal Kühe kaufen. Und wir holen uns... Oh, guck mal, hier ist was Neues dazugekommen. Wir holen uns Eisen. So, so, und... Prima, okay. Eins Quad hätte ich gern noch. Bist du schon... Uff. Habe ich jetzt aufs Richtige drauf gedrückt? Ja, cool. Genau, danke. Wie ihr wünscht. Let's go! Auf Wiedersehen! ию